Ich heiße Jemus, eigentlich König von Alba. Findet ihr ihn lebend, dann tötet ihn. Jetzt bin ich niemand. Am Tag der Rache werden die Götter dein Blut trinken wollen. Die Latiner haben meine Familie vernichtet. Erlaubt mir, meine Ehre zu verteidigen. Wir geben dir zurück, was wir dir genommen haben. Befreie dich von der Angst. Beweise, dass du zu den Wölfen gehörst. Es ist die Zeit zu kämpfen. Wir müssen das König euch halten. Ja, greift gemeinsam eure Lanzen! Erhebt gemeinsam eure Stimme! Männer von deinem Schlag sind nicht für den Tod geschaffen. Weil du vor dem Tod keine Angst hast. Eines Tages werden auch wir eine Stadt gründen. Und wir werden frei von Angst leben. Ihr Name lautet... Roma. Roma. Danke fürs Zuschauen! Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. ... Wie ist das? Die München.